So, wieder da. Nein. Der Clapschrap hat weiter geredet, aber naja. Also wir sind wieder drin, ne? Also nur so nebenbei, damit ihr das bitte wisst. Achso, äh, ne. Lebensregulation hast du, glaub ich, nur du, Felix. Nur ich? Neko. Also, quatsch, Neko hier, ähm, als... Ganzer, ganzer, ganzer. Ja. Ja, naja. Ich hab ihn so auch. Aber ich hab ihn hier im Skillbomb, ne? Also... What the fuck? Ja, hab ich auch irgendwo irgendein Skillbomb. Hat der grad durch den Berg geschossen? Wenn ja, hat's dir. Durch Berge schießen? Ja, Mann. Der wirft mit Stein. Ach, ehrlich. Die Schlampe spricht wieder. Jo. Die sagt wieder mal nur Kacke hier. Naja, bei mir hat sie was anderes gesagt als Kacke, aber egal. Hat sie nicht? Du weißt doch, wenn Frauen reden, kommt da eh nur... Muschelrauschen raus. Oh, na, Kampf! Du hast hier sehr gekonnt gedrückt. Kennt ihr nicht die immer wieder Jim-Folge, wo der da nur Muschelrauschen hat? Als deine Frau redest? Scheinbar nicht. Ich glaub, ihr kennt nicht mehr immer wieder Jim, oder? Jo. Das schon, aber die Folge nicht. Okay. Dü-dü-dü-dü-dü. Was zum kaputt haben? Oh, hier kommen ja Freunde. Ahhhh. It's party time. Yeah, nächstes Level. Und jetzt du. Und noch inner. Na, will noch inner. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Du. Okay. Und na, Kampf. Yeah. Ich hab immer noch keinen Level ab. Oh, was grünes, was grünes. Ich bin schneller als Markus. Ich liebe das Zeug. Sie sind so weich und warm. Und dann kannst du die... Da warst du wirklich. Die Waffen mag ich. Die sind gut. Mhm. Bei mir dürfte es noch ein Gegner sein, der fehlt zum Level ab. Ah, ich könnte mal den Skill-Punkt verteilen, ja. So, Skill-Punkt verteilen. Oh, hier hab ich auch wieder ein Token zum Einlösen. Macht uns immer lange mal das Catch-A-Ride-Dang da. Ja, kannst schon mal ein Auto holen, ne. Das dauert aber noch ein bisschen, bis wir das Auto haben. Das Töten eines Feindes, das du momentan im Facelock eingeschoben hast. Du zeig leben. So, ob es die automatisch deine Freunden und dich suchen und heilen. Oh, klingt gut. Wir müssen auch von der Seite darauf aus. Uh. Nämlich so. Wenn du den Starface-Adapter an das Catch-A-Ride anschließen kannst, hacke ich die Station und besorge dir ein Gefährt. Okay. Level up. Ja. Dü-dü-dü-oh, was zum Einkaufen. Ist nicht ganz weh. Bestimmt, rette ich dir dein Leben. Oh, ich hab mir die Schütze eigentlich nicht hingestellt. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü- Fast Lebensregeneration. Die Ladegeschwindigkeit ist doch besser, wenn sie niedrig ist, oder? Ja. Nee. Ladeverzögerung. Ah. Okay, ja. Wenn die Geschwindigkeit ist, in welchen Schritten das Ding sich lädt. Okay, ich glaube, ich gehe erstmal auf meine MG, dann geht das bisschen schneller. Achso, ihr tut ja schon richtig reinklotzen, oder? Ich verkaufe immer noch. Du bist immer nur am Verkaufen. Das stimmt, ja. Du lässt immer nur die anderen arbeiten. Natürlich, ich muss handeln, Mann. Das ist dein Spielstand, aber du lässt nur die anderen arbeiten. Hm, ne? Deswegen ist Felix jetzt auch gestorben. Ja, selber schuld. Oh, was kann ich hier Schuldes kaufen? Oh, Munition ist eine gute Idee. Alter, wieso gibt es nur Pistolen, Alter? Tü, 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 tü. Und jetzt noch Waffen ausrüsten. Oh, die sieht auch gut aus. Was ist das? Auf jeden Fall sieht es geil aus. Das nehmen wir einfach mal. Oh, was war das? Wer war das vor allem? Deine Oma, ich rette dich. Äh, falsch. So. Gut. So, ich komm dann mal. Oh, da liegt ja jemand was rum. Ja, komm schneller. Bin ja unterwegs. Lala, so. Oh. Bindest du auch jetzt nicht damit anfängst. Haha. Ich glaube das war ganz sinnvoll. Och, ne. Ein badass weniger. Du. Arsch. Aber sieht so, immerhin hab ich was gemacht so. Der Prinz ist über der Tactician. Ah, du bist gestorben. Na ja, und ich habe einen Hochqueren, ja? Also sei immer nicht so. Da ist noch was. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich ja auch gerade mit Matt geklickt. Danke. Ach, du liegst ja da auch tot rum. Mensch. Ihr müsst beim nächsten Mal warten, bis ich fertig bin mit Einkauf, wie die Action steigt. Na ja, dann lass dir mal nie so viel Zeit mit einkaufen. Ich bin aber die Shopping Queen, das musst du doch wissen. Und die Shopping Queen shopt nun mal gern. Du holst den Adapter an das Catch-a-Ride an. Dann besorge ich dir ein Gratis-Fahrzeug. Ja, die besorgt es uns. Mach mich nicht. Fertig. Ansonsten lassen wir dich das nächste Mal alleine reinlaufen. Ich geh shoppen. Die kannst du gar nicht alleine laufen lassen, weil du alt bist dabei. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Ist ja voll krass, wir sind ja an so ein Vieh reingerannt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Wow. Fett. Ihr wisst ja, ihr seid nur am Einkaufen. Hey, willst du mich verarschen? Ich will das erste Auto haben. Was, 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 was. Gib mir das Auto, gib mir das Auto, gib mir das Auto. Ja. Wollen wir alle mit einem Schild fahren? Wollen wir alle mit einem Schild fahren? Nein. Ich bin schon da. Und? Ja, Robin, du fährst, ich schieße von oben. Ach, ich fahre. Okay, das hatte ich gar nicht so ganz gesehen. Oh nein, das ist ja wie Halo-Steuerung von Fahrzeugen. Ich hasse sie. Ich muss erst mal die Steuerung gewöhnen. Du musst hier hoch zu mir. Ach, egal. Ich hab's geschafft. Oh nein, 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 nein. Ach, super. Boah, brenn ich noch mal. Warte, du steigst, Alter. Alter, du steigst jemanden an, Alter. Ich will doch nur spielen. Boah, what the fuck, das ist ein bisschen laut. Oh, hast du den Twist gesehen, Alter. Robin, steig aus. Nö. Der kalt's nicht, oder? Frauen am Steuer, das gehört sich einfach nicht. Ja, merkt schon. Wo ist eigentlich Felix? Den lässt doch noch die Gegner zurück. Ich höre schon auf, die Gegner zurückzulassen. Zufrieden. Das Geschütz ist aber auch laut hier. Du hast trotzdem schon wieder ihn zurückgelassen. Gott. Ist ja egal. Das sind geschenkte XP, Robin. Deine Mutter ist auch ein geschenkter XP. Aber wegen ihm XP rein ich auch nie zurück. Das waren aber mehrere. Das waren pro Viech 8-23, je nachdem was das für ein Viech war. Deine Oma ist 8-23. Die hat schon ein paar mehr XP. Die hat noch ein bisschen mehr drauf auf dem Kasten. Ja! Ey, seid ihr da? Yo. Ich bin der Typ, der gerade auf dir ist. Merk's schon. So. So brenn ich. Weil du Eis bist. Wieso stecke ich fest? Ich helf dir mal, warte. TORONIMO! Arsch! Hängst du immer noch fest? Ah, jetzt geht's. Alter. Ach ja. Eindeutig, Robin gehört nicht an Steuer. Hyper, Hyper. Robin fällt immer noch. Ich krieg dich! Wo müssen wir hin? Robin weiß es. Achso, na dann, auf geht's. Ja, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Äh, woanders. Ok. Ist Kevin, ist... Ich glaub, du bist gegen den Turmen gesprungen. Ja, du auch. Guck mal, über vorne gibt's betters, Frank. Yeah! Wo ist eigentlich Markus? Auf dir drauf. Achso! Er hat mich grad mal zu dir teleportiert. Achso, ich hab dich schon gewundert, weil er erst warst du weg. Ich folg dir einfach mal. Tududu. Ja, aber ich hab erst noch mal gemütlich... Guck mal, jetzt war nach dem Road. Ich hab erst noch mal gemütlich... Ich hab erst noch mal gemütlich ein paar Waffen eingesammelt, die dort rumlagen. Geronimo! Aber irgendwo hier. Egal. André! So. What the fuck? André! Hey, das macht Spaß! Hm, hm, hm. Lalalala. Hm? Gehen wir eigentlich mal weiter? Schieb dich schon ganz hin. Ja, dein Fahrt! Ich warte ja nur auf den Besitzern. Das ist doch hier. Zu dem müssen wir. Wir müssen zu dem hier. Warte kurz noch. Ja, nee. Wir müssen eben nicht mehr zu dem hier, weil ich hab das Ding, was hier rum lag, schon eingesammelt. Das ist doch gleich. Ey, fährst du mal woanders lang? Wo hast denn du deinen Führerschein gemacht, ja? Spielautomaten. Du auch? Ey, cool. Warum ist Markus jetzt eigentlich ausgestiegen? Weil das kann. Okay. Oh, oh. Da ist was Großes. Weil ich schon mal Richtung Corporal Rise gehe. Ich folge einfach Marco, äh, Felix. Weil da wo der ist, kommt die Summe mit dem Lücken vom Fahrzeug nicht hin. Ich weiß. Nein, nein, nein. Oh, da ist einer. Lebt der nur? Hm. Ach man, alle tot hier. Deswegen... Greift mich hier grad mal ein paar Monglitz an. Weißt. Wollen wir eigentlich jetzt Markus helfen gehen? Ja, mach das. Oh, hier ist noch was zum Überfahren. Bam! Und da wirft mich was mit Stein. Magnus ist groß. Mann, man wirft nicht mit Stein. Magnus ist groß. Schon wieder... Ich geh mal helfen, ja. Cool. Wozu? Das freu ich mich auch weg. Ich bin ein großer Junge, ich schaff das auch alleine. Dann ist ja gut. Ich komm trotzdem helfen. Wie war nochmal mit Nitro? G oder F? F glaub ich. Lebst du schon wieder? Hm. Will ich lebe ich schon wieder? Tutututut. Nein, 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 nein. Will Felix eigentlich nicht mitkommen? Ich hänge. Ach so. Schon wieder. Nein. Irgendwann nur am Hängen. Nein, 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 nein. Weiße. Was ist denn passiert? Wir sind dreckige Wurststummen. Nein, ich will nichts sagen, aber... Ich bin in dem Kanal, wo wir von uns durchgefahren sind und das Auto hängt über mir auf dem Berg. Gut, wir kommen irgendwann vorbei. What the fuck? Vögel. Ich will euch hier nicht enttäuschen, aber... Aber? Das ist scheiße. Ich brauche mich aber nochmal in mein Auto rein. Lalalalalala. Alter, habe ich gerade... Habe ich gerade einen Feuersniper gefunden? Keine Ahnung. Oh. Ja, habe ich. Oh, das ist schwer als mein aktuelles. Oh, das ist ein Vogel, ey. Ich weiß nicht, was du für Probleme mit den Vögeln hast. Die fliegen mir immer ins Gesicht. Solltest du sie vorher vielleicht killen, so wie ich die ganze Zeit. Wie die Null? Ja, wie die Null. Ey, mit X kann man Items tauschen, kann das sein? Ja. Coole Sache. Du, du, du. Also ich finde, der Teil hat schon so seine Vorteile im Vergleich zum ersten. Und ich finde auch die Musik wirklich schön. Und diese Open World und die Grafik ist halt... Der Grafikstil ist einfach geil, oder? Ich weiß, das habe ich schon mal gesagt, aber... Ich habe jetzt erstmal mein Auto wieder respawned. Meint ihr nichts dazu, nein? Was? Ach so, äh... Aha, ich habe ja eine... Welche Möglichkeiten, du? Was ist eigentlich das Ding da oben? Eine Mutter. Und zwar untenrum. Meine Mutter schwebt da oben? Ah. Okay. Yo. Jetzt kann ich mir die... Kann ich mir mal die Landschaft angucken, während du fährst. Wer fährt schon wieder? Markus fährt, ich bin einfach mal hinten eingestiegen. Markus hat natürlich gleich mal gegen eine Wand. Nein, ich bin gegen Felix gefahren, so wie du. Ach so, gut, das hat ich nicht ganz gesehen. Hast du den Energiekern schon gefunden, Ladies? Nein. Weil wir gerade erst bei Ryze waren. Wir sind nichts nutze. Markus, das machst du. War genau so schlimm wie du, damit du weißt, wie nervig das war. Ich fand's nicht nervig. Hier geht's lang. Also, was ist jetzt unser Missionstil? Wir schaffen den Energiekern. Ja. Oh. Und danach gehen wir nach Sanctuary. Da müssen wir ja nicht hin, Mann. Ah, da lang. Du steigst dich. Wieso fahren wir eigentlich mit Auto, wenn wir die Energiekern in dem Verditenlager holen müssen? Weil ich dich besteige. Ja, da unten steige. Können wir jetzt bitte weiter fangen? Sag das Felix. Warum hast du in ihm festgesteckt, oder was? Nee, das nicht, aber ich wollte nicht von ihm runter. Der findet mich einfach eben geil. Oberaffen geil. Du bist zu hart und gerädert. Ich geh da einfach mal per Fuß durch. Ich folg dir mal Mapus. Vielleicht hat's ja auch irgendwo einen Sinn. Ja, aber wir können ja mal zu den Punkten gehen, die auf der Karte sind, wa? Oh, da war er irgendein Gegner. Hm, naja. Halte ich ja mal für eine Behauptung, dass da ein Gegner war. Na, dann ist gut. Ich meine, was soll es sonst sein? Oh. Anschläcken. Kommt der Besitzer jetzt endlich mal hinterher hier? Ja, ja, später. Windbreak Camp. Hallo. Der Besitzer da ist, haben wir hier, sind wir hier fertig. Hallo. Da besitzen wir das hier schon, ne? Ihr müsst mich nicht immer... Blitzer nennen. Blitzer nennen mein ich auch nicht. Nein, den Nizza wollte ich irgendein Besitzer. Lalalala. Ja, Robin, zieh das ganze Feuer auf dich. Mach ich. Ich nehm die Akro und du kannst töten. Nehmen wir mal die andere Waffe. Nehmen wir mal die andere Waffe. Komm, du Spacken. Oh, ich bin fast tot. Jo, ich bin tot. Komm, ein bisschen näher, Nomade. So. Du bist zu gütig. Du bist zu gütig, Markus. Ja, wie ich gesehen hab, dass das nicht gut mit dem Nomaden killen. Das... Jo, ich komm mit der Waffe nicht so recht, wie ich das weiß und so. Oh. Ich glaub' der ist tot. Ohhh. Wir haben schon mal den Powerkörn... ...äh, PowerCore... ...den Energiekörn halt. Diese Psychos-Hasse. Voll die Psychos oder? Ich würd' sagen, wir killen jetzt noch mal 13 weitere Bloodshots. Mist. Hehehehe. Nein, 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 nein. Und wieder da. Nein, 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 nein. Gut. Oh man, ich hätte jetzt was geschafft? Egal. Erstmal darf ich nachladen. Und jetzt Tschüss. Noch einer? Nein? Keiner mehr? Gut. Doch, dahinten ist einer. Also dahinten war einer besser gesagt. Hier schießt du noch irgendwas in meine Richtung? Ah, hier. Normale. Ich hab nichts mehr, super. Alter. Irgendwie da lag das, oder es sind ein Haufen Erschütterungen im Game. Dritter Versuch. Komm, gib alles. Oh, ich krieg ihn nicht, ich krieg ihn nicht, ich krieg ihn nicht, ich krieg ihn nicht. Da ist er. Können wir offen sich zu viel zu bewegen? Schrecklich. Was ist das? Das ihr sich immer bewegen müsst. Das ist kacke, man kommt da nicht mal lang, ey. So. So. Bist du jetzt eigentlich schon da, Felix? Ich? Nö. Ich doch, Charlie. Ich hab verzweifelt, etwas probiert zu tun. Oh, Markus ist ja tot. Ja. Kommst du zu mir gekrochen? Kannst du mir ruhig entgegenkommen, weil ich hab nämlich nur eine begrenzte Zeit. Ich weiß, dass du nur eine begrenzte Zeit hast. Es geht nur darum, dass ich ja nicht sterben muss dabei. Du hast die 12-Jährige, die du tüten könnt. Ja, weil die immer wieder neu spawnen. Achso. Oh, mein Arsch! Mist. Äh, Felix? Das ist jetzt ungünstig. Ja, Felix, dann solltest du dich vielleicht mal mit zu uns bewegen. Ja, das tue ich. Komm, Markus, schieß auf das Fieder. Ich muss nachladen. Unbedingt enttäuschen, aber... Markus, flippe ich wieder. Ach, danke. Das war sehr knapp. Ja. Aber wir haben spät. Jo, aber wir haben spät geschafft. Das nimmt mal Teamwork. Ja, wir schaffen das halt auch ohne Felix. Genau, jetzt kriegst du einen Daumen hoch mit Teamwork. Ich bin da. Du hast mir meinen Kill gestealt. Gesaved, Markus. Ich hab'n gesaved, genau. Ja! Alter! Guck mal ein bisschen mit hier. Mann, ich kann nicht nebenbei nachwählen? Nein, kannst du nicht! Was? Das hatten wir schonmal, Markus. Ja. Ich steh' bestimmt ganz günstig hier oben. So. Komm, wir machen jetzt mal das Missionsziel fertig, ja? Lass' ich dir sagen, ich bin grad' auf'n Weg zu euch, Mann. Im Medium. Also so frei ist die Map nicht, weil normalerweise würde man es irgendwie schaffen, zu euch zu kommen. Und zwar mit Auto. Man kann dich ja nicht mehr mit Auto zu uns lassen. Oh, Munition. Ich weiß nicht, wie oft du das schon gespielt hast, Felix. Aber es gibt halt immer irgendwo Fällen, wo du nicht mit Auto hinkommst. Ich komme gleich zu dir, ja. Wie wäre es, wenn du einfach mal aus dem Auto aussteigst? Bei Felix langsam so ein bisschen Hilfe wäre schon cool. Ja, Roman, jetzt können wir gehen. Jetzt können wir wieder umdrehen. Wie, haben wir es geschafft? Ja, die 20 Gegner, die wir legen sollten, haben wir gelegt. Gut.